Hallo Jasmin! Hallo. Hier oben! Na? 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 So, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Wir waren noch gar nicht auf der Insel da hinten, ey. Ja, bau mal ein Boot. Da gibt's doch nichts, das ist nur so eine kleine Kackinsel. Weißt du doch nicht. Kein Boot. So, wir haben uns ja geeinigt, dass wir noch ein bisschen bauen. Stangen. Stängel. Dengel, 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 Dengel. Gitter, Stängel. Stäbe. Ah, ja. So, Stäbe, Ecke. Stäbe, Ecke drehen. So. Ist immer noch falsch, ne? So wollte ich den haben, aber jetzt komm ich da oben gar nicht hin. Benchin. Benchin. Bist du looten? Benchin. Bist du looten? Na, ich hab nie looten. Du Mist, Made, zu mir sagen, wir bauen. Ja, hier, ich hab eben gesehen, dass es hier Big Packs sind, deswegen. Und jetzt gehst du ohne mich auf Tour. Also, dass hier... Oh. ...säcke sind, neue. Du bist ja... ...brech. Ich glaub, ja, mein Schwein pfeift, ne? Benchin. Ah, das war der falsche Knopf. Mhm. So. Ah, wie löst man das denn? Das ist ja interessant. Äh, jetzt redest du so komisch. Äh, ich weiß nicht, wie ich das gescheit am besten machen soll. Aber die... Was ich auch nicht weiß, ob der Springer denn von da hier rauf springen würde? Was? Ich weiß es doch auch nicht. Nicht, dass der das als Möglichkeit sieht, wie er hier hochkommt. Weil er springt ja von da immer ab. Und wenn er... Hoffentlich springt der da nicht irgendwann mal rauf, dass der denkt, der kann da rüber. Hm. Es kann sein, dass wir die Stangen, äh, im Verlauf der Blutmonde wieder entfernen müssen. Mhm. Welche Stangen? Äh, die wir an dem, äh, an dieser Brücke da gebaut haben. Wir? Du. Mhm. Ich, klar. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass hier dieser Jumper rüberjumpt. So. Da hinten ist auch noch ein Hausboot. Ey, da würde ich auch gerne mal rauf gehen. Ich schnapp mir jetzt gleich mein Fahrrad. Wo ist er denn? Ich nehme mir gleich Proviant und dann düse ich mit meinem Fahrrad davon. Na, komm her. Nö, ich fahre in meine eigene Richtung. Ich habe keinen Rahmen vor mir. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. So. Echt. So, dann brauchen wir einmal rauf. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich das Geld mitnehme, hier, was wir haben? Kann ich hier an dem Automaten denn kaufen? Geiles Deutsch. Ja. Vielleicht sollten wir das mal machen. Der ist nämlich voll. Nö. Warum nicht? Warum würdest du da was kaufen? Trinken. Kaffee. Hier ist alles. Wir haben Kaffee-Bone. Siehste, ich wollte gleich mal Kaffee machen. Ja, damit hast du nicht gerechnet aus deinem Schönheitsschlaf, wa? Wie geht die Big-Packen los? Da steht ja auch noch einer. Auch noch. Ah, es sind ja zwei. Oh nein. Kommst du zurecht? Nee. Schön. Bin ich nicht hier reingekommen? Ich muss mal eben raus kurz. Na toll. Kaputt ist nie. Gehirnerschütterung. Natürlich. Mal wieder. Ja, hier müssen wir vielleicht mal zu... Hau ab, Junge. Mann. Zieh Leine. Ja, du auch. Du kommst doch wohl mit einem mickrigen Zombie zurecht. Zwei waren das auf einmal. Die haben auf mich eingeschlagen. Auf eine Frau. Kann man sich das vorstellen? Ja. Da hinten habe ich auch noch einen gesehen. Was? Hallo? Ach. Da hinten habe ich auch noch eine Trulla gesehen. Ach nee, ist das ein Typ? Oh, auch wieder zwei. Wen schlage ich denn jetzt als erstes? Dich. Mich? Dann dich. Was? Dann den. Dann den. Und voll in die Rübe. Ja! Matsche Birne. Zwei... Mal. Beruhig dich, ey. Voll erledigt, Digga. Krass. Oh, krass. Ey. Ich sah ihn hier gerade voll ab, Mann. Ah, hier ist irgendwo noch was. Geh, glaube ich, erst mal lieber wieder. Habe erst mal... Nächste, ich bin sowieso drei über Läden. Kaputten Korb habe ich auch schon wieder. Warte mal. Ich warte. Ich nehme das hier. Denn... Nehme ich das hier. Ist kein Wood mehr drin, ne? Ich würde auch den Gamer wissen, was auf diesem Haus tot da ist. Und jetzt machen wir Rezepte. Mehr wie drei geht nicht. So, und dann können wir davon noch... Äh... Boah, ich habe eine Knarre. Baby. Du hast eine Knarre? Ich habe eine Knarre. Was denn für eine? Warte, ich komme nach Hause. Ich zeige dir das schöne Stück. Das schöne Stück. Hat sich voll gelohnt hier. Okay. Ich wollte gleich einmal los. Mit dem Fahrrad. Ich habe zwar... Gehörnerschütterung und... Und kaputtes Knie. Ne, ich komme schon zurück wieder. Weil ich bin sieben überladen. Jo. Ich versuche gerade rückwärts auszuparken. Mhm. Ja. Sieht fast aus, als ob du fährst. Hä? Ich kann gut fahren, du. Ich bin eine Frau. Kann ich da jetzt hoch oder nicht? Ach, die Steuerung hat sich gut. Oh, mein Kopf. Wo? Ne, ist schon gut. Und ich gehe die Treppe einfach. Ja, du musst außen lang gehen. Geh das rein. Ey, ich wollte dir meine Pistole zeigen. Ja, die gucke ich mir doch später an, wenn ich wieder da bin. Oh. Ich will mal einmal in Klamotten laden. Warst du da eben? Oder wo warst du? Ne, ich war nur hier eben links. Da, wo das Schiff steht. Da, das Boot, Wasser, da, der Hafen oder was das so sein soll. Also, wenn man rausgeht, rechts. Ja, da hinten wo. Okay. Und hier gleich nebenan. Ey, eine, was steht hier? Pistole steht hier einfach. Ich habe 645 Benzin. 426 Zement. 35 Plottersteine. 10 Schießpulver. 3 mal Steil. Vorschlag Hammer voll. Auch für eine Knarre. Oh, yes. Alter, dann kann ich die aufpimpen hier. Aufpimpen. Ja. Pimp my gun. Mit Exhibit. Verändern. Geht das? Geht das nicht. 2. Ballum. Was, warum? Ballum geht das? Verlege, fortgeschrittene Waffen. Achso, die ist nur bei Stufe 1. Zombies hassen diesen Trick. Mist. 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 Da sagt er, Mist. Ja. Ja, Mist sagt er da. Ja, genau. Ich schleiche hier rum. Ich verprügele eine Alte. Ne, das hören sie alles nicht. Aber weh, er macht die Tür leise zu. So. Da kommen sie hier alle von den Päckern gefeilen. Die Meute. Autogrammstunde. Den habe ich signiert. Oh, den haben wir auch. Es spielt nur noch der Frank Angestellte. Da ist nur das dran. Liebe für dich. Okay, ich habe hier nochmal vier runtergeholt. Lass mich nicht. Ich habe hier nochmal was runtergeholt. Erkel. Oh. Kommt er hier noch? Ja, ganz übermütig. Immer mit Ruhe, junger Mann. Au. Was war das? Meine Pistole behalt eh. Ein Doppelslap hat er gemacht. Die behalt eh. Armbrust muss ich so. Wir sollten uns echt bei einer Armbrust craften. 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 Ah, craft, ey. Der ist nur unangefasst. Unangef... Jasmini, ich habe was für... für dich. Ja, Patrick, danke. Ein Kopftuch. Hallo. Das wolltest du schon immer haben. Wo kommt denn das hin? Hier? Oh. Seht aus wie ein Gangster. Wo ist denn dieses blöde Schießpulver jetzt hin? Er muschelt hier immer alles. Wo hast du denn das Schießpulver jetzt hingebracht? Waffenmunition. Jasmin. Waffen und Munition. Ah, und Tegel, du bist das Murmeltier. Ich habe keine Dietrich. Und finde ich hier welche? Was brauche ich denn für meine Pistole? Patron, Hülsen? Ich bin doch miet, Alter. Was ist denn der Herr, das war? 600. Macht knapp 50. Ich habe keine. Welche gehören denn da rein? 50. Das ist ja doof. Ich habe diese Mun... Ach, da. Macht die Meisten wirklich schnell. 100 Meter. Die nehme ich für einen Blutmord. Was denn? Die Pistole. Pistolius? Ja, die packe ich erstmal hier rein. Ja, die Rümer. Das ist meine. Die nehme ich dann aber bitte. Was ist denn das für eine Knarre? Eine Pistole einfach nur. Also kein Revolver, sondern... Eine Pistole steht hier. Genau, eine Pistole. Aber gut, ne? Kann ich auch bauen, wenn wir eine Werkbank haben. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Munition. Ja, ich arbeite dran. Okay. Arbeite mal schnell an rein. Sorry, Leute. Ja, mein Dietrich ist ein bisschen groß. Der passt nicht ins Schloss rein. Sein Dietrich. Mein Dietrich. Na, töööö, le, e, 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 e. Mein Dietrich. Ach so, das Benzin. Wir waren ein Benzin. Äh. Unten links in der Kiste, glaube ich. Boah, wir haben richtig viel. Das ist gut, das brauchen wir später. 6.799. Das ist nicht viel. Was ist das nicht viel? Das ist nicht viel. 6.800. Das ist nicht viel. Find ich schon. 6.850. Das wäre viel. Ach, gleich klatsche ich dir. Die haben gleich rüber da. Boah, ich will da auch nicht so, wie die Kacke hauen, was viel ist, ne? So, noch eine Taschenlampe habe ich hier. Habe ich das auch irgendwo gesehen schon. Ach, das ist doch Schmutz. Ich brauche einen Dietrich. Dietrich. Ein Dietrich. Waffenkassenlampen-Mod. Niedrich. Boah, die hat wieder Hunger, ey. Oh, maau. Das macht gar kein Damage. Das macht mir nur die Axt kaputt. Ach, Jasmin. Leiden, ey. Wart mal, den Eimer muss ich hier auch noch mal reinpacken. Den brauche ich erst mal nicht. Ich haue hier mit einem richtig dicken Hammer rauf. Das ist anstrengend. Na dann, hau mal auf da. Mein Knie ist noch eine halbe Stunde Schrott. Und die hat schon wieder Durst. Das ist... Die oder du? Die. Die oder du? Die. Du bist hier... Das sah ihm aus, als wäre es hier... Als würde es hier noch runtergehen. Warum ist hier eigentlich so ein Loch? Wenn ich das abbaue, wo komme ich da hin? Und... Die kann auch essen. Diese Zauberkiste hat nur noch 3800 HP. Das ist ein Drucker, ne? Der Drucker hat nur noch 3533 HP. Aber mein Hammer ist ganz stark. Halten. Wir brauchen irgendwie mal was cooles zu essen. Für die... Speck mit Eier. Ne, das bringt nicht viel hier. Eier mit Speck? Auch nicht. Verstehe ich das irgendwie nicht. Also wenn sich das hier nicht lohnt, ne? Dann flippe ich aus. Dann wäre das mal zweiter großer Aufwand, ohne dass das funktioniert hier. Ich war ja hier gerade in irgendeiner Enke. Da war alles wieder voll. Ich gucke gerade auf die Ausdauer. Lockt runter auf 9 und ich freue mich so... Oh, noch ein Schlag ist die Kiste auf. Und da geht's von vorne los. Ja, es hat ja... Ne, ich habe auf die Ausdauer geguckt. Nicht auf die HP der Kiste. Ah, ah, ah. 3, 3. So. Aber anders geht's schneller, ne? So. So. Ach, das ist doch alles ärgerlich, Jasmin. 180! 180! Ich muss noch mal ein Schluck süppeln hier. Das geht so nicht. Wie kriege ich diese reflexe Kiste denn hier auf? Und essen, und essen, und essen, ey. Aber es wird zur Lebensaufgabe gemacht, diese Kiste zu öffnen. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung als Schlossknacker. Oh, wie viele Schlösser haben sie geknackt? Eins. Oh, das habe ich nur nicht. Ich habe hier nochmal 10 Zeitzünder, 10 Strohflinten, 53762, einen Verbandskasten, ein ziehbarer Schaftmott und einen Zombie. Okay. Ich habe alles mitgenommen. Stress mich nicht. Ich habe hart gearbeitet. Ich brauche eine Pause. Da hinten bist du ein Verfahren. Das, das, so. Ein 1 leere Box. Oh, die ist unberührt. Glücksbeute Bonus Plus. Das ist einfach nur rot. In drei Tagen ist schon wieder Brutmond. Aber ich habe Munition gefunden, Yasmin. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Machst du ganz toll. Hab vergessen. Ich habe die Tür aufgemacht. Ja, ja. Das hört man wieder. Guter Herr. Das ist mir zu viel Stress. Das verträgt mein kleines Herz nicht. Du bist infiziert. Nimm Antibiotika, um die Symptome zu vermeiden. Erwandern. Na, da wäre jetzt Honig ganz gut, ne? Du bist doch mein einziger Honig. Ich kriege ja irgendwie nie Honig. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich kriege hier gleich Brechreiz. Hm. Öl. Ich habe ganz viel Öl. Ich weiß aber nicht, wofür es gut ist. Später bestimmt fürs Auto oder so, oder nicht? Ja, irgendwie sowas denke ich auch. Leere Munitionsvitrine. Leerer Waffenständer. Hier ist ja alles noch leer. Ja. Schmutzkampagne. Erstmal hier am Schrott. Du hättest bestimmt hier zum Schrotti und so gehen müssen. Die Ecke ist bestimmt neu. Schmutzkampagne. Ja, ich kann diesen dämlichen Klamotten durchsuchen da. Aber wer will denn das? Leere Kasse. Leerer verdorbener Müll. Eeeh. 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 Dann würde ich gerne das hier nochmal gucken. Eeeh. Nee. Wasser gehen. Ich hätte eigentlich jetzt, äh, könnte ich mal beim Händler vorbeigucken, meine Quest abgeben. Nee, säubere das Gebiet. Ich habe ja noch eine neue Quest. Ja, ich habe meine auch noch nicht gemacht. Ah, die habe ich ja ganz vergessen. Ja. Das ist ja interessant, Jasmin. Das ist ja interessant. Ja. Dann brauche ich ja auch gar nicht zum Händler. Nee. Oh, sonnisch. Tatsächlich. Einfach nur so. Ich komme dir ein Stück entgegen. Das dauert zu lange. Hallo. Innominipatris, et fili, et spiritusanti. Cool. Er ist tot. Geil. So, was haben wir hier? Das können wir mitnehmen. Das würde ich auch mitnehmen. Das habe ich. Das kann... Knochen nerven mich irgendwie. Oh. Warten. Äh, hier steht es mit dem Zombie und einem Freund vom Zombie im Schrank. Mhm. Und die beiden. Ich habe beide One-Shot. Oh, er ist Kopfüber rausgefallen. Ich habe beide mit einem Schuss erledigt. Hm. Äh. Halt doch unten. Oh, ein Lootbag. Messing, eine Dose Chili und Patronen, Jasmin. Gut. Sehr gut. Ich bin überlastet, Jasmin. Überladen. Überlastet. Dein Gehirn ist überlastet, oder was? Das ist überladen. Überladen mit Wissen. Ah. Noch mal im Müll gucken. Die Leute werfen ja manchmal das kurilste zu euch schwächt, ne? Hier ist nur Papier. Äh. Habe ich aktuell noch nicht. Brauche ich das auch gerade nicht. Hier haben wir noch drei. Kaffee? Hm. Bin mal gut. Ich glaube, ich habe auch Kaffee gefunden gehabt. Ich glaube, vielleicht habe ich sowieso. Hm. Füllen wir es was an. Der Super hat das nicht gemeint. Ah ja. Hier ist halt eine magere Ausbeute. Aber mehr würde ich diese Folge wahrscheinlich nicht schaffen zu erreichen. Hm. Hier war ich noch nie drin, oder? Weiß ja nicht. Weiß ja, wo du bist. Das ist ja... Uh. Uh. Da seid ihr Freunde. Da hat gar nichts zu. Lala. Boah. Ich bin hier reingekommen wie Chuck Norris. Ich habe noch so Glasscherben auf ihn geschmissen. Ganz brutal. Ähm. Tagebuch des Jägers. Band 2. Wölfe. Wölfe sind weit verbreitete Raubtiere und im Rudel gefährlich. Verursachen 10% mehr Schaden an Würfen. Äh. Verursachen 10% mehr Schaden an Würfen. Würfen. Und Schrotmoni habe ich noch gefunden. Und noch mehr Schrotmoni habe ich gefunden. Hello. Ey. Das ist gut wegen unserer Geschütze. Oh. Und elektronische Komponenten und Stahlwerkezeugteile. Da. Hat sich ja doch gelohnt hier die Rotzbude. So. Wo ist der Keller? Ihr habt auch nochmal Munition. Hier ist das scheiß Haus. Ich bin hier irgendwie bei Autos. Da war ich glaube ich noch gar nicht. Nehmen wir mal Benzin mit. Ja. Hier hat irgendwer mal die Big Bags abgebaut. So wie es aussieht. Ich. Aber hier war nichts mehr. Doch. Hier in der Ecke ist noch ein bisschen Müll. Nichts besonderes. Hm. Tier. Nichts besonderes. Mal gucken was es hier so gibt. Hm. Hier ist nur eine Tasche. Mit Dietrichen. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Ich nehme es aber mal trotzdem mit. Ich würde sagen alles mitnehmen. Ja. Und hier ist noch fauler Müll. Uah. Das ist so komisch. Ich habe schon so oft faulen Müll gefunden hier. Aber noch nicht einmal fleißig. Wie schaut denn eigentlich unsere Map aus? Hier könnte noch was sein. Ja. Hier auch gerade am Haus. An dem war ich glaube ich noch nicht. Was ist das? Ein Knast da hinten? Ein Knast. Ist hier auch ein Gefängnis? Wie weit bist du nur weg? Ich bin hier nur schräg rüber von unserem Haus gegangen. Eigentlich möchte ich da in das Haus, aber da kommt gerade ein Zombie. Ich wüsste jetzt nicht, dass da ein Knast ist. Siehst du aus wie einer. Knast. Warum treffen die mich denn nicht? Das Autokino ist ja noch weiter weg, ne? Das ist nicht das. Ich glaube nicht, dass das das Autokino ist. Boah. Hier muss ich aber aufpassen, dass ich hier nirgendwo reinfalle. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier anfange. Stufe 1. Schlecht. Nee, kann ich überhaupt nicht richtig laufen. Ich geh mal da hinten hin. So. Ich guck mal, ob ich ein Glas Honig kriege. Ja, ich krieg ja irgendwie keins. Der Trick ist, du musst immer Richtung Süden schlagen. Ja. Du hast ja oben, hast du ja diesen Kompass, ne? Was muss ich? Ganz oben am Bildschirm hast du ja diesen Kompass. Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Wenn du diese Baumstümpfe schlägst, ne? Ach so. Ach, jetzt weiß ich. Musst du immer Richtung Süden schlagen. Hm, genau. Dann kriegst du Honig. Ich hab mich gleich. Hm, natürlich. Ja. Und du denkst wirklich, ich glaub dir das, ne? Also du bist auch hohe, ey. Mach ich mal doch. Hä, das hab ich... Was ist denn das, dir? Doch, das hab ich nachgelesen. Du bist doch noch blond, oder nicht? Hast du die Haare gefärbt? Ja. Hier ist tatsächlich eine Hütte, die hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich glaub, das ist ein Knast hier, oder so. Ich hab ich ehrlich noch nie gesehen. Hä? Das ist nur Auto, das kann ich abbauen. Oh, das ist aber ein schönes Haus. Schön groß, schön viereckig. Also vom Aufbau her. Falls wir umziehen wollen. Was ist denn das hier? Dann wären wir auch ein bisschen dichter am Händler. Ich geh mal eben ein bisschen den Schlag hoch. Ich geh mal über das Wasser reinstecken. Ein Vogelnest. Gammelfleisch. Ah, da krieg ich Besuch. Auch noch. Na komm her, Trude. Von we... Was hast du gesagt? Komm her, Trude. Na komm. Ich hab was anderes verstanden. Das hört sich so ähnlich an. So. Headshot. Bam. Ich war grad ein bisschen wach. Muss ich ehrlich zugeben. Mit einem Schlag hab ich sie getötet. Und zwar ab mit ihrem Kopf. Oh, ich hab noch ein Buch gefunden. Bogen schießen für Ranger. Zu Boden werfen. Erfolgreiche Schleichangriffe mit Fallen. Haben eine um 20% größere Chance, das Ziel zu Boden zu werfen. Ja, whatever. Ich hab's mal gelernt. Ist unten ein Parkplatz hier? Oh, das Haus tun wir doch noch. Oh. Tür ist ja offen. Hallo. Ist das, äh, we're not alive? Oder irgendwie. Äh, das ist das Autokino. So? Ja. Ja. Ich hab hier grad Krach gemacht. Das finden Zombies nicht cool. Ich hab wieder Geld gesammelt. Äh, ich hab schon wieder, äh, eine kranke Schwester war so ein bisschen übereifrig. Sie ist die Treppe runtergefallen. Ich kam da einfach so angestürzt. Ist halt auch so geil gemacht, ey. War nur zwei Frauen, Schatz. Du, du suche Schrank. Eine leere Dose. So geilen Loot findest du hier nicht. Eigentlich müsste in so einen Hütten, weil das ja am Arsch der Welt ist, weil da gibt's ja nix, ne? Du hast ja wenig Loot. Deswegen müsst ihr eigentlich gerade hier, weil die Häuser wirst du eher wenig suchen, sollte hier doch eigentlich der geilste Loot überhaupt sein. Aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so, sagt er. Das Sammelfleisch kann weg, brauche ich nicht. Au! Ich bin Klempner, ich soll hier nach der Waschmaschine gucken. Oh, jetzt reicht's aber. Ich mach's mal mit mir ins Gesicht. Oha, ey. Hier gibt's aber gute Sachen. Ich bin mal mit der guten Frau eingeschlossen. Hier kann man sowieso nie was rauslosen, ne? Dann bauen wir das doch ab. Da sind mir aber ein bisschen zu viele drin. Hier ist auch nur der Wäscherkorb. Äh, ein Rocker. Äh, oh Schatz, hier müssen wir noch mal alleine, äh, zu zweit hin. Hier müssen wir noch mal alleine hin. Das sind, das sind zu viele hier für mich alleine. Das sind mir zu viele Gegner für zu zweit. Ja, in dem einen LKW stehen drei Leute. Und gleich im Anschluss, da ist so ein Rocker drin. Meinst du nicht, das sind ein bisschen zu viele für, äh, zu zweit? Ne. Sollte man vielleicht das alleine machen. Na. Ey, ich bin doch da auch alleine durchgegangen. Das geht eigentlich. Ja, du. Bin ich du? Nein. Ne, du bist besser. Oh, ein Rucksack. Das war jetzt Zufall. Oh, Jasmin. Ja. Ich hab jetzt auch ein neues Gewehr. Ja. Ein Stufe 4 Maschinengewehr. Ah, und hier ist ein Köter, ey. Ein Stufe 4 Maschinengewehr. Alter, das ist ja noch. Ah. Hallo, ein Stufe 4. Mein, mein Erfolgserlebn... Ich kann das nicht. Komm schon, nimm dir mal ein bisschen Zeit. Mein Erfolgserlebnis ist ja wohl wichtiger als dein Hund. Oh nein, kaputte Hand, kaputten Arm, kaputten Kopf, kaputtes Knie. Und die Ballon! Und im Game sieht's bei dir auch nicht so gut aus. Mach jetzt platt, ich will hier nicht schon wieder sterben. Weg. Ich muss hier weg. Ich krieg gern dort. Ich hab Schweißausbrüche. Ich muss hier weg. Schnell. Alter, wie viele Krippen dieses Haus hat. Komm, wie kann ich bloß auf die Idee kommen, hier alleine hinzugehen, ey. Alter, meine Leiste oben hinfasst, ey. Ich hab mir erst mal Kaffee gegönnt. Puh. Ja, hier ist jetzt nicht so geil, ne, wo ich bin. Scheiße, eine Stunde kaputte Hand. Eine Stunde Gehirnerschütterung. Infiziert bin ich auch. Überladen. Hunger. Kaputtes Knie. Noch hab ich Platz. Wie gestern, ey. Ich lauf jetzt erst mal nach Hause. Ja, viel schlimmer ist, äh, ich glaub, ich bin hier durch mit Loot. Aber das sieht aus. Da ist doch noch was, ne? Achso. Ach so, die Kackdose hier, ey. Das sieht jetzt auch nicht so... Zwei Hunde und ein Zombie, ey. Den Zombie hab ich gar nicht gesehen. Weil ich unten immer nur auf die Hunde geguckt hab. Also, Mensch, der kleine Hund kann mich doch nicht so zerstören, ey. Da ist nur was drauf. Da oder nicht? Geld. Wow. Ich bin reich. Ich hab 10 Dollar. Was ist das denn? Wollt du abends in der Kneipe einen ballern, oder was? Ähm, ja, genau. Was ist das jetzt für eine Scheine? Jetzt kann ich das Ei nicht mitnehmen, Jasmin. Das Ei. Ich rede so eine kleine Horde, ey. Nein, ey. Kurz vor zu Hause. Das ist hier ärgerlich. Oder haben wir noch einen Kaffee, ey. Klau mal hier noch ein bisschen Holz. Wo die Woodpicker. Ich wollte mir bloß so ein Adrenalin mitnehmen, ne? Mal gucken, wie das kickt, ey. Ja, da ist er offen. So. Würde sich das jetzt lohnen, noch ein Stück weiter zu fahren? Wie lange haben wir denn jetzt schon? Ähm, 39. Aber die Preise... Äh, sieht ja aus, als wenn hier noch ein paar Häuser sind, ne? Ja, wenn man hier nochmal einen Wegpunkt setzen würde, und man würde jetzt zum Fahrrad gehen, und vom Fahrrad aus würde man da ein bisschen weiter noch... Vielleicht gibt man noch was cooles, und würde irgendwas eintauschen, von dem, was man im Inventar hat. Scheiße, bitte... Nur ein Glück bin ich gleich ja zu Hause, ey. Ich hab doch im Fahrrad auch noch einen, äh, Gepäckträger. Ja. Also, einen Stauraum. Mhm. Einen Stauraum hab ich. Oh, ahm... Ach, ich kann auf diesem Stuhl nicht sitzen, ey. Hm. Alter, meine Leiste sieht aus, ey, ja, links. So, das heißt... Finden wir selten. Finden wir auch selten, selten, selten. Äh... Ah, Kopfschmerzen hat sie. Wenn Auto... Was soll ich denn auch wegsortieren? Meine Tabletten mehr. So. Ach, doch da. Cool. Dann würde ich glatt behaupten, wir ziehen in der nächsten Folge noch mal ein kleines Stück weiter, nur noch ein bisschen die Map erkunden, bevor wir wieder anfangen zu bauen. Sollten wir auf jeden Fall machen, denke ich. Aber wir sollten auch auf jeden Fall... Ja gut, wir brauchen aber Munition, ne? Hm. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. So richtig schöne Details. Let's keep out. Condiment. Munition hab ich, glaub ich, auch ein bisschen gefunden. Ja, elf, neun Millimeter hab ich. Alles klar. So, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Scheidet wieder ein. Wir würden uns freuen. Erlebt mit uns unser kleines Abenteuer. In seven days to die. Okay. Überbreit, mein ich, die Lage. Ja, okay. Ich war ein bisschen euphorisch. Wir sehen uns morgen wieder. Es war schön, dass ihr eingestellt habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.